Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Heroes of Warcraft Hey, ich muss es ja auch irgendwann mal spielen Oh, ich bin voll nervös Oh, los geht's Oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin sehr nervös Ich bin sehr nervös Kostlose Karten, auf geht's Oh, ein neuer Herausforderer Es ist Jaina Prachtmeer, die Magierin Nämlich Balbo ran Er nimmt diese Herausforderung an Gegen Hogger Oh Die Plage Elvin Hogger, der Knall Kommt her Kommt her Gut Besiegt Hogger Spielt Dina aus Und benutze sie, um Hogger anzugreifen Versursacht genug Schaden Um ihr gewinnt Nichts leichter als das Au Damit ich mal dabei gehe Oh, ich bin nicht von dir Okay Okay, okay Mein Zug Ich willkommen mal Ich brauche Dina, die für mich kämpfen Hammer fett, Junge Nun zumindest hat er diese Runde keine Karte ausgespielt Ja, weiß ich alles Ja, komm Stirbt ja wohl Ich bin so heiß auf dieses Game Wie nur irgendwas Tut mir leid, wenn ich gerade so mega schnell bin Und so voll durchrasche Und so, aber irgendwie ist das jetzt so gerade Oh Oh mein Gott, hat er einen aufgespart? Scheiße Soll ich einen Gnoll anreißen? Noch eine Woche Greif mir den Gnoll an, dann verliere ich ein Leben Aber dann würde ich nichts zur Runde sowieso tun Aber ich kann auch direkt Schaden haben Dann hat er natürlich direkt Schaden genommen Sau Junge, diese Spieße Es hat nur auf mich gewartet, Junge Fünf Angriff? Das Ding ist riesig Das Ding ist riesig, aber nicht groß genug Junge, nennt mich Highspeed Balboran, Junge Das ist jetzt Stirbt, Junge Okay, mein erster Einwort von Harthorn Das ist mega geil, Junge Und ich will mich sowas von heroisch ausgepackt wie nirgendwas, Junge Hammerfett, geile Sache, Junge Oha, ich habe zwei Karten bekommen Arkan Intelligenz, cool Zurück ins Verlies mit euch, Hogger Auf Wiedersehen, Hogger Milhouse-Manner-Sturm Hammerfett, der wird jetzt auch weggerapet Jena gegen Milhouse-Manner-Sturm Nenn mich ein Kartenass, Junge Ich mache euch eh alle nass Setz euch mal effizient ein Um diesen Nerven mit dem Globus Oh, das werde ich mit Mit dem mächtigen Milhouse-Manner-Sturm Du klingst wie meine Oma, Junge Um, Junge Ich bin zuerst dran Hammerfett Was? Ich wollte anfangen Digga Hammerfett, Junge Was ist das denn? Ein Mörlok? Wajajajajaj Wajajajajaj Hatsma, Junge Diese Karte ist der Wahnsinn Wartet nur, bis ich ein wenig mehr Mana habe Bist du mehr Mana hast, bist du tot Mein Mana ist wieder hergestellt Hört auf mich anzugreifen Ich will dieses Spiel gewinnen Niemals Ein Mana Aufgepasst Ist mir, wie sich das anfühlt? Denk mal nicht, Junge Nein, wie Wie ein Sieg Lebt das Das müssen Sie den Sieg an, Bitch Hats auf den Schnurrbart auf Mein Schnurrbart interessiert mich so Ein Scheiß, Junge Ich mach den super Trommspelack, Junge Alter, Verfeiter Oh, das ist hart, ey Der Junge soll man nicht provozieren, ey Schnell und stark zu schaden Oh, Junge Ich hau den sowas von die Fresse ein Da kommst du nicht mehr hin Schnell, ich will unbedingt diese Karte ausspielen Schnell und stark zu schaden Und auf dich gleich das Ende Oh, cool, da kann ich nicht los und war noch weiter abgezogen ich bin noch nicht gespielt und ich weiß das tutorial billig ist aber trotzdem lehrensucher wenn die sich bekämpfen dann allein bei schaden habe ich schon ja freut mich euch zu sehen lehrensucher choo zeigt mir was ihr gelernt habt ich werde euch nicht schonen ich werde euch auch nicht schonen ich bin vielleicht nicht so geschickt mit schwert und bogen doch habe ich viele freunde ja lehrensucher um die soll er mal freunde haben woher gehen wir den fählchen ein einziger schadenspunkt kann den unterschied zwischen sieg und niederlage ausmachen ja ach ne ich kann auch rechnen oh junge dieses spiel ist einfach der hammer ich freu mich einfach nur gerade so unnormal nehmt das so dann wollen wir den mal richtig schön geben der greift jetzt hoffentlich gleich mein schlacht zu zeigen das war zu erwarten so jetzt ich bin so heiß auf dieses game ja lehrensucher die leichen werden am ende der schlag gezählt die leichen oh doch doch ja so sieht das aus macht man wüther nette karte oh junge hammer fett das ding Natürlich bin ich mächtig, Jäger, ich hab auch solche Balls, Jungs, sowohl heilen als auch kämpfen können. Ich kann alles. Gebt ihr gleich mal das neue Arzt, ey. Na komm. Kampfschreit, zieht eine Karte. Erfindung gefällt. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Schnell und stark zuschauen. Ja, aber das wird trotzdem gefährlich. Furcht führt zu gut. Da muss man ja nicht unbedingt Schaden machen, das will ich ja gar nicht. Gut führt zu Hass. Hass führt zu Bauchschmerzen. Und Hearthstone führt zu Spaß. Für mich sollte immer das letzte Milch sein. Wir sind naiv, Leo. Boah, Junge, abgezogen. Ihr seid wahrlich gut. Hammer fett, Junge. Ich hab was gesagt. Haha. Okay, zwei Karten. Wolfstreiter. Hammer fette Karte. Und weiter geht's. Es waren mir angegelt. Drei von sechs. Ja. Ich weiß sowieso, dass Illidan das schwerste wird. Aber ist mir egal. König Mukla, auf geht das, Junge. Hast ja eh nur Tutorial dabei. Das macht halt Spaß. Jada gegen König Mukla. Mukla. Alleine schon als ich auf der Gamescom das Livezeichner gesehen habe, war mir klar, dass ich dieses Spiel unbedingt zocken muss. Da steht ja eine Karte und ich bewege den Maustreiter. Werde ich tun. Kann ich auch. Hammer fett, Schubel, Mörder, Schäuble hier. Wollen wir mal los? Ich will spielen. Es ist glücklich, Mukla. Erledigt ihn, solange er allein ist. Ansturm. Darf ich sofort gleich ansehen? Wer kann das nicht? Warum bewerfen mich diese Affen mit Bananen? Das war unnötig. Egal. Ich mach mal. Nimm den Schaden mal hin. Ich krieg nur eine Banane, Junge. Wir verrückten Affen. Ha, verrückte Affen. Goll. Okay. Mehr habt ihr nicht drauf, Mukla. Nur Fässer. Ha, ha, ha. Ah!